Jose Manuel Garcia Marcalo Y. Marfil ist ein spanischer Politiker der Partido Popular. Leben und Karriere Garcia Marcalo studierte Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bilbao und erwarb 1965 beide Abschlüsse. 1973 erhielt er den Master of Laws an der Universität Harvard. Zwischen 1977 und 1979 war er Abgeordneter im Congreso de los Diputados und anschließend bis 1982 Vorsitzender des Petitionsausschusses der Spanischen Abgeordnetenkammer. Von 1986 bis 1994 war er Sprecher für Wirtschaft und Finanzen. Von 1994 bis Dezember 2011 war er Mitglied des Europäischen Parlaments. Am 21. Dezember 2011 wurde er zum Außenminister im Kabinett Rajoy ernannt.